Untertitelung. BR 2018 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 Innerhalb der steinernen Mauern warten wir mit gestutzten Flügeln Ernten Dank für unsere Klagen, dass zu Fliegen wir nicht vermacht Ich, äh, jetzt muss zurückbringen Schüssel Die Partei unter der Führung des Genossen Josef Stalin ist fest entschlossen, die Errungenschaften des Sozialismus mit allen Mitteln zu verteidigen Genial, Genial, sag meiner Frau Bescheid Was geht hier vor, Professor? Ich weiß nicht, aber die werden sicher wissen, was sie tun Stalin plant die physische Eliminierung der fähigsten und besten Köpfe der Partei Sie haben dich als Jelfofs potenziell Mitverschwörer bezeichnet Gott, das ergibt doch alles keinen Sinn Hör auf damit! Wir müssen uns jetzt um unsere Haut kümmern Wieso tust du mir das an? Wieso mir? Du bist Professor Du beeinflusst das Bewusstsein Ich hab Angst Unschuldige Menschen werden in diesem Land nicht verhaftet Evgenia Ginzburg Der Mitgliedschaft in einer trotzkistischen, terroristischen, kontrarevolutionären Gruppe für schuldig Hatte zehn Jahre gesagt Ich werde leben Sie können nur arbeiten, wenn Sie gesund sind Darf ich? Wie gefällt Ihnen das Bäume fällen? Das war schon immer mein Lebenstraum Ich habe berechtigte Hoffnung, Sie da rauszuholen Hören Sie auf, mir helfen zu wollen Ich erwarte von niemandem Hilfe Ich wäre am liebsten tot In diesem Leben ist das Sterben nicht schwer An das Leben zu glauben ist schwerer Aber das Kätzchen sagte immer nur Miau Das wird schon wieder Du, mein Leben Träumte ich dich bloß Warst wie ein Ritt im frischen Frühlingsmorgen Du bist wunderschön Warst wie ein Flug auf einem rosa Ross Wir drinnen uns gar nicht voneinander Denn das ist unmöglich Ja Dann Untertitelung. BR 2018